Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Der äußere Mensch denkt, der innere Mensch erfährt. Was hat es damit auf sich? Dieses Video ist anknüpfend an meine vorherigen Videos. Ich bin in den letzten drei Videos sehr intensiv und immer tiefergehend auf den inneren Menschen eingegangen, den inneren Menschen, der Gott in uns, das Wesen in uns, das diese Welt erschafft, diesen Traum ins Sein träumt, sodass wir als äußere Menschen, als Daniel und als du, der du gerade dieses Video zuschaust, diese Welt erfahren mit all den Umständen, all den Facetten, in denen wir uns wiederfinden. Und heute möchte ich nochmal auf einen entscheidenden Unterschied eingehen, das Denken und das Erfahren. Denn was wir ja ganz häufig sehen beim Thema Manifestieren ist, dass imaginieren, also sich etwas vorzustellen, den Wunsch als erfüllt sich vorzustellen, verwechselt wird mit Denken oder dass dort immer Denken mit reingemischt wird. Das findet man dann in Gedankengängen wieder, wie impliziert dieser imaginative Akt wirklich, dass mein Wunsch erfüllt ist? Weiß mein Bewusstsein wirklich, wozu mir gratuliert wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir ein guter Freund, eine gute Freundin zur Wunscherfüllung gratuliert. Also all diese rationalen Gedanken, diese Gedankenvorgänge, in denen wir uns wiederfinden, wo wir die komplette Magie rationalisieren, wegrationalisieren, wo wir dieses Schöpfertum, diese Schöpferkraft in uns so runterspielen, auf ein so rationales, machtloses Level, wo wir uns im Denken wiederfinden, uns im Denken verstricken und dann letztendlich wieder da landen, wo wir begonnen haben. Nämlich, dass wir von A nach B denken, dass wir uns überlegen, hm, ich bin krank, wie kann ich denn gesund werden? Hm, ich bin verschuldet, wie kann ich denn meine Schulden abbauen? Also wieder im komplett rationalen Denken uns wiederfinden. Und Denken und Imaginieren haben nichts gemein. Imaginieren ist eine Erfahrung, eine tatsächliche Erfahrung. Wenn ich mir etwas vorstelle, dann ist das eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die sich in keinster Weise, in wirklich keiner Weise von einer äußeren Erfahrung unterscheidet. Also wenn ich jetzt entscheide, mir von einem guten Freund gratulieren zu lassen, dazu, dass ich mein Ziel erreicht habe, also dass ich gesund bin, dass ich wohlhabend bin, dass ich ein glücklicher Partner bin, dann hat diese Erfahrung der Gratulation, oder dann unterscheidet sich diese Erfahrung der Gratulation in keiner Weise von der Erfahrung der äußeren Gratulation. Also wenn mich dann tatsächlich jemand, ein Freund anruft, oder ein Freund vor der Türe steht und mir gratuliert dazu, dass ich mein Ziel erreicht habe. Imaginieren bedeutet, eine Erfahrung zu machen, eine sinnliche Erfahrung, Sinneswahrnehmungen zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu tasten. Diese Sinneserfahrung, die wir auch im Äußeren machen. Es ist ganz umgekehrt der Fall. Die äußeren Sinneswahrnehmungen sind eine abgeschwächte Version der wahren, tatsächlichen Erfahrungen, die wir im Inneren machen, die der innere Mensch macht. Wir glauben immer, es wäre umgekehrt. Das heißt, dass wir hier im Außen so tatsächliche Erfahrungen machen würden und dass das, was dann in Träumen passiert, das, was in unserer Vorstellung passiert, Reproduktionen davon wären. Äußeren, also Verarbeitungen dieser tatsächlichen äußeren Erfahrungen. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir machen zuerst die inneren Erfahrungen, der innere Mensch macht die Erfahrung und dann erfahren wir im Äußeren all diese Sinneswahrnehmungen. Zu imaginieren hat also nichts mit Denken zu tun. Wenn du also deine Augen schließt und dir etwas vorstellst und dich dann in Gedanken wiederfindest wie, bedeutet das wirklich, dass ich meinen Wunsch erreicht habe? Weiß mein Bewusstsein, was gemeint ist? Dann bist du gerade der äußere Mensch, der nachdenkt, der darüber nachdenkt, ob es funktioniert. Dann bist du nicht der innere Mensch in Aktion. Darum sage ich auch immer, den imaginativen Akt kurz halten, ein bis zwei Sinneswahrnehmungen. Ich muss nicht sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Nein, es geht darum, eine kurze Erfahrung zu machen, aber wirklich eine Erfahrung und nicht denken, die impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist. Also sei es, dass ich einfach eine mir bekannte Stimme höre, völlig egal, wo ich gerade bin, was ich sehe, das spielt keine Rolle, eine mir bekannte Stimme, die mir zum Erreichen meines Ziels gratuliert. Das höre ich und dann bin ich in einer Erfahrung, dann erfahre ich gerade als innerer Mensch, dass mein Wunsch erfüllt ist. Wenn ich jetzt versuche, das Ganze auszuschmücken, ich muss sehen, da geht noch die Sonne unter, da habe ich das noch gehört, da habe ich das noch gerochen, den Duft, dann versuche ich die ganze Zeit, eine Bühne zu erbauen und dann bin ich im Denken. Dann bin ich der äußere Mensch, der denkt. Der innere Mensch denkt nicht, der innere Mensch erfährt und gibt damit die Vorgabe für das, was der äußere Mensch morgen in seiner Welt wahrnimmt, für das, wie der äußere Mensch morgen in seiner Welt erwacht. Da gibt der innere Mensch die Vorgabe, durch eine tatsächliche Erfahrung, eine Sinneswahrnehmung. Du solltest also aufhören, die Dinge zu zerdenken und stattdessen in deine Schöpferkraft eintreten. Und das machst Du, indem Du erfährst, nicht indem Du denkst. Der Schöpfer überlegt sich nicht, der innere Mensch überlegt sich nicht, wie kann ich geheilt werden? Nein, der innere Mensch entscheidet sich, dass er gesund ist. Er sagt, es sei und es ist. Er überlegt sich nicht, wie es dazu kommt. Er sagt, es sei und es ist. Punkt. Er entscheidet sich, jetzt gesund zu sein. Der Schwache spreche, ich bin stark. Nicht, ich werde stärker werden, ich werde vom Schwachen zum Starken werden. Nein, der Schwache spreche, ich bin stark. Gegenwartsform. Der innere Mensch entscheidet sich. Und wie wir in den letzten Videos geklärt haben, eine Entscheidung ist eine imaginative Erfahrung. Nichts anderes ist eine Entscheidung. Egal, welche kleine Entscheidung aus Deinem Alltag Du nimmst, schau da gerne nochmal meine letzten Videos, jede kleinste, noch so kleine Entscheidung in Deinem Alltag ist eine imaginative Vorwegnahme. Das ist der innere Mensch, der entscheidet. Er entscheidet sich, gesund zu sein. Er entscheidet sich, ein glücklicher Partner zu sein, lange bevor er überhaupt eine potenzielle Partnerin, einen potenziellen Partner als äußerer Mensch kennt. Er entscheidet sich, wohlhabend zu sein, lange bevor er überhaupt einen Weg kennt, aus seinen Schulden heraus. Und dann folgt der äußere Mensch. Also höre auf die Dinge und deine, mit Dingen meine ich, deine gegenwärtigen Umstände, zu zerdenken, Lösungen auszuarbeiten. Raus aus diesem Problemlösungsmodus, rein in die Entscheidung. Du entscheidest dich dazu, zu sein, wer du sein willst. Und das machst du durch eine Erfahrung, nicht durchs Denken. Denken bringt dich nicht weiter. Durch eine Erfahrung. Welche Erfahrung würde ich jetzt machen, wenn mein Wunsch erfüllt wäre? Welche? Wer würde mir gratulieren? Wer würde mich fragen, wie ich das geschafft habe? Wer würde mich vielleicht um Hilfe bitten, um es auch, um ihm zu helfen, dass er es auch erreicht? Was wäre anders bei meinem Aufwachen am Montagmorgen oder bei meinem Zu-Bett-Gehen am Sonntagabend, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Würde ich anders zu Bett gehen? Das erfahre ich kurz. Durch ein oder zwei Sinneswahrnehmungen. Zwei, drei Sekunden, ein kurzer Akt, wiederholt in meiner Vorstellung. Denn die Wiederholung sorgt dafür, dass sich diese Erfahrung festigt. Eine wiederholte Erfahrung führt dazu, dass ich glaube, dass diese Identifikation auch an mir haften bleibt, auch wenn ich dann meine Augen öffne und als äußerer Mensch durch diese nachhallende Welt laufe, sprich durch meine alten Umstände laufe. Die Erfahrung haftet an mir und sorgt dafür, dass der äußere Mensch dem inneren Menschen folgt. Zur Gesundheit, zum Wohlstand. Dazu ein glücklicher Partner zu sein. Dazu überhaupt glücklich zu sein. Welche Entscheidung auch immer ich getroffen habe. Also höre auf zu denken, zu zerdenken und trete ein in die Erfahrung. Denn diese schöpferische Kapazität wohnt ja inne in Form deiner Vorstellungskraft. Deine Vorstellungskraft ist nicht davon abhängig, dass du Lösungen erarbeitest. Du musst dir nicht vorstellen, wie du zum Flughafen fährst, einen Flieger nimmst, irgendwo hinfliegst, dort durch die Passkontrolle gehst, ein Taxi nimmst, zum Strand fährst. Muss deine Vorstellungskraft das tun? Nein, deine Vorstellungskraft kann dich jetzt den Sand unter deinen Füßen fühlen lassen. Und das gilt für alles, was du jemals erreichen möchtest. Deine Vorstellungskraft kann es jetzt erfahren. Und das ist der innere Mensch, der die Entscheidung trifft. Das ist keine Tagträumereien, das ist keine bloße Fantasie, das ist kein dem, der Realität entkommen wollen, wie es häufig dargestellt wird, als was die Vorstellungskraft häufig gesehen wird. Nein, das ist Gott, der dir inne wohnt. Und indem du eine Erfahrung machst als innerer Mensch, hast du eine Entscheidung getroffen. Und wenn du diese Entscheidung jetzt immer wieder triffst und nicht davon abkommst, dann kann der äußere Mensch nicht anders als dieser Entscheidung nachzukommen. Das heißt, im Klartext, du wirst als äußerer Mensch da sein, wo du entschieden hast, dass du als innerer Mensch bist. Wenn also der Schwache spricht, ich bin stark, durch eine innere Erfahrung, die impliziert, dass er stark ist, dann kann der äußere Mensch nicht als von der Schwäche in die Stärke einzutreten. Wenn der Schwache aber jetzt zerdenkt, 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 wie kann ich denn stark werden, wie kann ich denn stark werden, dann macht er sich viel kleiner als er ist, dann ignoriert er den Gott in sich und handelt als kleiner, schwacher Mensch und versucht stark zu werden, was er aber nicht kann, weil er ja der Schwache ist. Es braucht also den inneren Gott, den inneren Menschen, der entscheidet, der erst einmal entscheidet, stark zu sein. Genauso ist es in allen Dingen des Lebens. Ich kann nicht rausgehen in die Welt und hoffen, dass ich eine Frau, einen Mann treffe, der dann dafür sorgt, dass ich endlich der glückliche Partner bin. Nein, ich als innerer Mensch muss entscheiden, dass ich ein glücklicher Partner bin im Hier und Jetzt, damit dann eine Frau, ein Mann in mein Leben kommt, die einfach nur bestätigt, dass ich es bin. Umgekehrt funktioniert es nicht. Der Suchende wird die Liebe niemals finden, der Liebende aber, der muss nie nach der Liebe suchen. Lass das Denken fallen, lass das Denken beiseite, höre auf, im Problemlösungsmodus zu denken und trete ein in die Erfahrung, trete ein in deine Schöpferkraft. Du bist Schöpfer. Du bist nicht nur geschöpft, du bist Schöpfer, Schöpfer dieses gesamten Universums. Also, finde dich wieder in dieser Kraft. Erinnere dich daran, wer du bist. Das tust du, indem du Erfahrungen machst, im Hier und Jetzt. Und diese Kapazität hast du. Erzähl mir nicht, dass du sie nicht hast. Das stimmt nicht. Du hast Vorstellungskraft. Du verfügst über Vorstellungskraft. Das ist Gott in dir. Du bist das einzige Wesen, das über Vorstellungskraft verfügt. Und so funktioniert dein gesamtes Leben. Wie gesagt, schau dir meine letzten Videos an. Jede kleine Entscheidung fußt auf dieser göttlichen Entscheidung, auf einer göttlichen Entscheidung, die du als innerer Mensch, als Gott getätigt hast, bewusst oder unbewusst. Hören wir auf, so viel zu zerdenken und beginnen wir, Entscheidungen zu treffen, schöne Entscheidungen zu treffen, gesund zu sein, wohlhabend zu sein, glücklich zu sein, dass die Menschen um uns herum glücklich und zufrieden sind. Dann handeln wir als Gott. Dann handeln wir bewusst als Gott und laden die schönen Dinge ein in unsere Welt, statt die schlechten Dinge die ganze Zeit zu zerdenken, zu zerdenken, zu zerdenken. Der äußere Mensch denkt, der innere Mensch erfährt. Das war es zum heutigen Video. Ich werde, wie gesagt, Ende des Monats noch ein ausführliches Webinar zum Thema innerer Mensch machen, da es das Fundament ist, auf dem dieses gesamte Thema Manifestieren fußt. Und freue mich, wenn du da dabei bist. Freue mich natürlich auch, wenn du erst einmal beim nächsten Video am nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Fragen, Anregungen hierzu wie immer gerne unter das Video. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020